Drück jetzt nochmal! Hä? Siehst du den Checkpoint nicht? Nö Der steht jetzt offen, guck mal unter dir! Unter mir? Oh! Bist du inkompetent! Du siehst schon da nicht, dieser, dieser... Hey wo? Spring jetzt mal runter zum Beispiel! Dann bin ich aber... ok Spring mal runter! Jetzt ist der Wasser, da kannst du auch hochschwimmen! Ah so, ok! Wolltest du da durch, wo der Knopf war oder was? Ja! Oh mein Gott! Ich lass die Scheiße! Wieso man denn bei den... Oh ja ok! Bei den Leitern darf ich halt nicht Schifft halten, oder? Oh ja, witzig ey! Oder? Hey! Bei den Leitern darf ich nicht Schifft halten, oder? Was? Bei den Leitern darf ich nicht Schifft halten! Ach komm! Dennis? Ja! Ja! Ok, mal halt zu spinnen! Alles gut! Ok, also noch einmal! Bei den Leitern darf man nicht Schifft halten, oder? Also soll ich nicht Schifft halten! Nee! Naja, witzig! Noch nicht! Witzig ey! Witzig ey! Witzig ey! Witziger! Witziger! Ja ok! Ah! Jetzt ist doch du spinnst! Überdreiten dich gleich wieder! Ja ok! Ich hab nen Knockback... Knockbackstab! Ich brauch einen! Ah du auch! Ja ok! Ja ok! Ja ok! Das ist so ein bisschen... Oh! Was? Hast hochgeschafft mal! Hast du da nen Feierfisch geschossen? Nee! Ah ah! Warum steckt der dann in der Wand? Hä? Der war schon ganz alter! Achso! Ich, ich... Keine Ahnung! Ich kann's nicht... Oh mein Gott! Weißt du... Jumpen ist einfach so ne Technik, die kann man halt nur äh... Mit studieren lernen und dann... Ok nein! Ja? Hallo? Ja! Ok! Hey! Es geht nicht! Es geht aber nicht! Es ist kaputt gegangen! Das wird's gemacht! Ich kann diesen ersten Jump schon nicht! Die Map leckt fertig! Ja, das sind überall so Lecks! Das geht nicht! Schau, schau schon wieder! Ah, schau wieder! Das geht nicht! Das ist schon echt nervig! Na! Ok, warte! Jetzt aber! Jetzt kommt der Meistersprung! Wie Dirk Nowitzki seinen neuen Film benannt hat! Der Meisterwurf! Nur der Meistersprung diesmal! Boah! Boah! Ja! Ich hab's schon wieder nicht geschafft! Scheiß! Ähm! Nein! Schlecht! Hab's gesehen! Hab's gesehen! Hast du's gesehen, Hasch! Hallo? Pfff! 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 Kann ich euch einsammeln? Ja, oder? Ne, ich finde es hier Bogen! Ah! Das finde ich auch nicht gut! Es geht nicht ohne Scherz! Es geht nicht! Es geht wirklich nicht! Ja, das ist alles verpackt hier! Ne, es geht wirklich nicht ohne Scherz! Es geht aber nicht mal decken! Pff! Noch bei dieser! Es geht wirklich nicht, gell? Ne, es geht echt nicht ohne Scherz! Das kommt nicht hin! Ich merke das schon! Oh, mein Gott! Hieß du, es geht nicht? Aber ich mache das schon professionell eigentlich! Ja, ja, natürlich! Ich meine, hallo! Warum aber nicht? Ne, ohne Scherz! Es geht nicht! Ne, ne, ne! Ich hab's oft genug versucht! Es geht nicht! Mir egal! Ich esse sogar ein Fleisch dafür! Es geht nicht! Ich schmeiß ein Fleisch weg hier! Es geht nicht! Dann brauchen wir uns eine Leiter! Ich hab keine Leiter! Was? Ich hab aber Spinnenaugen! Komm, jetzt schaff's! Kann man die irgendwie benutzen? Ja, ja! Ich feuer dich an! Ne, aber nicht mit Fallen, bitte! Hier, nimm mein eigenes Fleisch und Blut! Okay, doch nicht! Oh, schade! Ich versuch's noch einmal! Jetzt, aber jetzt! Ich hab so'n Gefühl! Ich hab's in meinem Morgenurin abgeschmeckt! Jetzt kommt der! Jetzt kommt der! Nein! Nein! Es geht nicht! Okay! Ja, aber ich keine Ahnung warum! Komm, komm, komm! Der Versuch klappt! Wir müssen es schaffen! Wir müssen es schaffen! Ja, wir müssen es schaffen! Oh mein Gott! Mach's echt nicht aufmerksam! Tschüss! Ich glaub, das wird nicht geschafft, oder? Ne! Ich bin ja runtergefahren! Hallo! Ich hab gehört, ich bin auch gleich da oben! Oh, mal hier! Blubblub! Da schwimm ich mit Spiderman! Oh, da schwimm ich mit Spiderman! Oh, da schwimm ich mit Spiderman! Oh, da schwimm ich mit Spiderman! Siehst du das? Na ja! Kann ich angeln gehen? Ich mach's lang weiter! Also, ich sammle sie einfach nur auf, gell? The Triple Layered Maze! Oh nein! Warte, warte, warte! Das ist doch voll lang, wie ich oben bin! Er ist voll langsam! Dennis, wir setzen mal The Triple Layered Maze! Was würde das heißen? Der dreifache Etagen-Labyrinth! Ah, find ich gut! Das find ich richtig gut! Da freut man sich schon! Jaaaa! Oh mein Gott! Das wär ein super Level hier! Schwann sein! Oh mein Gott! Checkpoint! Checkpoint behind you! Wo? Sie hinter dir wahrscheinlich! Jaaaa! So, wir gehen einfach irgendwo anders hin, oder? Du gehst links hin, ich geh rechts lang! Ja, ja! Sag der auch nicht, geh rechts lang! Und er geht! Ah, hier ist Sackgasse bei mir, okay! Oh, das sieht gut aus bei mir! Oh, ne, doch nicht! Da denkt man schon so, oh, ja, das ist, äh... Hallo! Wie bist du jetzt zu mir gekommen? Ja, meine, du Ding meiner Sackgasse! Hätte ich, hätte ich schlecht! Oh, hier sieht's gut aus, hier sieht's gut aus! Ich hab's, glaub ich! Moment, ich hab's gleich, ich hab's gleich! Definieren, klar! Ja, ich glaub, ich hab's doch nicht! Ich hab' einen Spaß des Glas, mach' nicht ja voll verrückt! Verrückt! Mach' mich kirre! Kirre! Oh Gott! Da war ich schon! Da ging's nicht weiter! Ich bin nicht der langlaufend auf, der lang! Ich hab' einen Spaß! Es ist so schön, dass der Glas sich immer durchgucken kann, aber... Oh, ich hab's gefunden, Gott sei Dank! Ja! Moment, warte kurz, ich bin gleich da! Ich kann dir von oben sogar helfen, vielleicht! Wiss ich aber nicht! Überschritt, geht's gerade aus, denn es! Was, echt? Hier ist die Etage schwer, Achtung! Oh, Moment! Da rechts, rechts, rechts! Geht nach links! Ja! Pitch-Black-O-Rate, das ist dunkel sein! Oh, das ist dunkel sein! Hab's gefunden! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kann ich hier die Fackel des... Lebenseinsetzen oder Fackel der Energie? Ach du Scheiße, ist das dunkel! Ich seh' nichts! Okay! Oh, bei mir schon auf dem Maximal-Bright, okay! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh, hier ist immer Sam! Oh, hier ist Sam! Ah, cool! Oh, hier ist einfach gar nichts, weil... Sie denken so... Sie sind wie Motten! Wir gehen immer zum Licht! Ja! Sie senken, siehst du? Wir machen da ein Licht hin, damit sie denken, da ist der Ausgang. Und dann... Oh Gott! Dann verarschen wir sie einfach! Was sind wir hier? Ich geh' rechts lang! Oh, hier ist nicht! Ich seh'n Leiter! Ja, ich hab's gefunden! Hab' ich nicht! Da sind wir nachher gekommen, oder? Scheiße! Oh Gott! Ich hab' ich nicht! Ich... Ich hab' noch vier, äh... Fackeln! Fällt mir grade bei! Nein, ich lass's! Ich seh' wirklich gar nichts! Oh Gott! Äh, aber hier ist der Eingang, oder? Ich hab' Angst! Ich hab' gar keine Ahnung, wo ich bin! So, hier ist nichts! Bei mir ist nirgends irgendwas! Oh mein Gott! Jetzt werd' ich über den Ausgang rauskommen! Und dann... Dann hab' ich... Oh Gott, jetzt geh' ich hier zurück! Ja, ohne Spaß, wo bin ich hier? Was? Hä? Shit! Ah, ich glaube, ich folge dir gerade, weil... Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin! Oh mein Gott! Alter! Es ist so dunkel! Leute, keine Sauke bei uns! Es ist genauso dunkel! Oh mein Gott! Jetzt... Ich hab... Ich dachte grad, ich bin eingesperrt, aber... Keine Ahnung! Ich werd' genauso viel sehen! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Wo bin ich? Ich bin raus! Ich hab's gefunden! Ja, okay! Ich schieb' einfach! Ah, ich seh' den Namen! Warte mal! Ja, du schaffst meinen Namen selbst! Äh, hier war's falsch! Warte Gott, ich bin leichter! Oh nein! Hä? Hier ist auch falsch! Scheiße! Äh, ernsthaft! Jetzt muss ich auf deinem Kommen, wo ich bin! Äh, mach' ich ja gerade! Ich hab' die wie bei Ding... Alter, ich bin schon von Anfang vom Ding! Hä? Ich bin schon von Anfang vom Ding! Hä? Äh, wo siehst du das? Ich seh' halt, wo du bist und wo bei mir die Leiter ist! Oder bist du beim Eingang oder nicht? Äh, ich glaube, ja! Scheiße! Wo bist du jetzt schon wieder? Da ist... Nee! Wo ist denn dein Name denn? Ich bin hier falsch! Du musst nicht da haben, wo ich bin! Ich dachte, du warst richtig! Ja, ich bin auch richtig! Aber ich bin halt oben über dir! Ich laufe grad' über dich so! Ach du Scheiße! Ey, wie hast du mich schon raus geschafft? Dennis, hallo! Hallo! Ja, hier ist irgendwas! Hier ist irgendwas! Hier ist irgendwas! Ich glaub' ich hab's! Ich glaub' ich hab's! Du bist noch recht weit weg! Du bist noch auf der falschen Seite, Dennis! Wobei doch! Du läufst in die richtige Richtung! Jetzt wieder in die falsche! Jetzt wieder in die richtige? Woah! Skype denkt ich so! Nö! Ich hau's euch einfach alle! Er wird leicht wieder da sein, Leute! Und währenddessen lästern wir über ihn! Oh, hallo! Hallo! Ah, wirklich! Danke! Du bist schon durchgelaufen! Was? Du bist kurz davor! Hart! Wo? Hallo! 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 War ja jetzt kein Problem für dich! Nee, nee! Das ging leicht! Jetzt kommt was unter Wasser, glaub ich! Hold your brief maze! Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie Glück vor Glowstone! Okay, gut! Alles da! Machen wir! Machen wir! Survival-Mode! So komm ich nicht hoch! Ich auch! Achso, hier! Yes! Äh! Ich komm nicht raus! Ich bin zu blöd dafür! Hä? Ah, jetzt! Okay! Ah, okay! Also bei den Glowstone-Teilen können wir über Luft schnappen! Ja, dann müssen wir langsam Atem verloren! Können wir viel schneller vorher zu machen! Ja, doch ich auch! Aber nun gut! Sie hassen uns einfach, weißt du! Und deshalb... Ne, sie mögen uns einfach! Pff! Ich bin mir voller Hater! Hm, aber... Hallo! Hallo! Ich glaube, hier geht's lang! Ne! Doch! Wenn man das Glas hier kaputt macht, dann Spaß! Ich hab kein Klosterloch gefunden! Wo ich hier eins war! Hier ist eins! So, danke! Hallo! Hallo! So, warte mal! Wo rufst du schon wieder? Ja, ja! Da hinten bist du auch wieder! Weißt du, mal ein paar Tage sich vorgehen wie ich, dann kannst du gar nicht verlieren! Also, alles kaputt machen! Das ist leider nicht so gut! Ah, dann ist gut! Ah, ich bin, glaube ich, durch! Ich bin, glaube ich, durch! Ich bin, glaube ich, durch, weil ich hab keiner, wo ich bin! Ich glaube, ich folge dir, aber ich bin mir nicht sicher! Oh mein Gott, ich muss mal wieder langsam mal wieder sehr schlafen! Ach ja! Sehr schön! Ähm... Geht's hier lang, oder? Ja, da geht's lang! Ja, da geht's lang! Ich glaube, ich bin richtig, also hier sieht's auf jeden Fall gut aus! Hallo! Wo bist du? Ich bin durch! Ich bin auch gleich durch! Das sieht sehr gut aus, ja! Ja, du beschrägst die Wege! Ja, du beschrägst die Wege! Ja, du beschrägst die Wege! Oh Gott! Jetzt so! Mein letzt, beim letzten Block sterb ich! Ja, gut, ne, ne, find's gut! You want the channel puzzle? Warm up! Use the levers to open the channels and open the door! Und, äh... Du bist einfach jeden Ding! Okay! Ist auch überhaupt geschafft! Der ist mir ja schwer! Ja, oh! Haha! Ich hab einfach irgendwas gedrückt! Oh, was steht da? Weiß nicht, hier! Hier ist... Hier ist ein Buch! Okay! Oh, halt! Na, okay, ich weiß schon, was wir noch wissen! Ja, warte mal kurz, äh... Ich muss mal kurz, äh... Das Buch lesen hier! Places, lineballs in the holes! Okay! Reicht schon! Einfach einfach nur noch drücken! Na, also, wir müssen jetzt auf jeden... Ding was bekommen! Bist du sicher! Auf jeden von diesen, äh... Lücken! Ich freu! Ich freu! T header! Hach! Ich freu! Ich freu!